Du hast kein Freund von mir. Jeden Tag sterben mehr meines Kontos wegen Männern wie ihm. Dann schlage ich vor, das zu beenden. Gemeinsam. Was hast du im Sinn? Wir töten etwa Fredrick. Doch erst müssen wir. Okay, Edward Braddock aufspüren. Können wir hier hoch? Uiuiui, ich gehe ja schon. Alles gut, wir müssen bei ihr bleiben. Und doch bleibe ich. Ist da etwa die Flamme der Leidenschaft zwischen den beiden entflammt, oder was ist hier los? Naja, okay. Wir gehen weiter. Übrigens cool, wie Hazel sich manchmal im Schwert hält. Finde ich ziemlich cool aus. So, wir müssen hier vorne in dieses Gasthaus, wie es aussieht. Ja, The Right Tavern. Handelsposten. Wir interagieren mit der Tür. Und gehen hinein. Du bleibst hier. Eine Mohawk-Score wird Verdacht erregen. Oder noch Schlimmeres. Das ist nicht das erste Mal, dass ich euer Volk besuche. Ich kann auf mich aufpassen. Das hoffe ich. Oh, so. Informationen sammeln. Okidoki. Ich will da nicht stattfindet sein. Das ständige Tosen der Branden. Das Salzwasser brennt in den Augen. Und die verdammten Möwen kreischen und scheißen alles fort. Bist du sicher, dass wir da hingehen? Ei. Wenn Bulldog wieder eine Expedition zusammenstellt. So heißt das also neuerdings. Expeditionen. Ja. Sehr schlau. Gib den Dingen schönen Namen und schon wird alles beziehen. Interessant. Möwen. Expedition. Ok. Hier hinten können wir auch noch ein Verhör starten. Dann stellen wir uns hier einfach an das Fenster. Okay. Da haben wir die Informationen, die wir brauchen. Hört auf mich an zu gucken. Perfekt. Oder auch nicht. Oh, ok. So, wir müssen die in die Tische werfen. Zweimal. Damit wir die Vollsynchronisation hinbekommen. Aua. Komm in den Tisch. So. Super. So. Noch mehr? Gerne. Eine typische Kneipenschlägerei. Kommt du auch noch? Na, komm her. Zack. So. Oh. Eine Wunde. Ach, das ist nichts. Hier. Das sollte die Blutung stoppen. Das war nicht nötig. Aber danke. Wir sollten weiter. Triff mich später bei Braddock's Camp. Oh ja, Leute. Nicht überzeugt. Sehr schön. Mission beendet. Und volle Synchronisation. Perfekt. So, wir nehmen uns jemanden Pferd. Hm. Oh, das Pferd ist ganz okay. Und schauen wir auf die Karte. Das müsste jetzt ein gutes Stück weit weg sein. Ganz genau. Und wir werden jetzt mal auf direktem Weg dahin reiten. Das ganze Grenzland, wie gesagt, ist extrem groß. Das schauen wir uns später mal an. Das sprengt wirklich momentan den Rahmen. Ich möchte... Das ist nämlich immer noch, wie ich finde, das Intro, was wir gerade machen. Und daher werde ich mir das Grenzland für später aufheben. Dann werden wir uns das wirklich ganz genau angucken. Und dann hier auch die ein oder andere interessante Entdeckung machen. So viel verspreche ich euch. Aber wie gesagt, das Ganze erst später. Wir reiten jetzt erstmal hier durch den Winter zu Braddock's Camp. Und werden ihn da, wie es momentan scheint, ausschalten. Mithilfe der Mohawks. Also der, wie ein Nichtswisser jetzt sagen würde, Indianer. Jagdrevier Troy Woods. Okay. Reiten wir mal hier entlang. Die Wege sieht man im Schnee trotzdem ganz leicht auf dem Boden, wie ihr erkennen könnt. Das reicht meistens aus. Und Querfährt einreiten ist übrigens auch möglich. Aber das ist wirklich extrem schwierig, weil das Pferd auch im Gebirge schlechter laufen kann. Ich kann es euch mal kurz demonstrieren. Denn auch das Pferd hinterlässt diese Spuren. Und kann sich hier nicht so gut vorbewegen, fortbewegen wie hier auf gutem Steinboden. Nur mal kurz zur Demonstration. Das Spiel hat halt, wie gesagt, an Animationen generell extrem viel zugelegt. Im Gegensatz zu den Vorgängern. Aber okay. Genug darüber geredet. Und wir gucken mal, wo wir hin müssen. Oh, hier wird die schöne Brücke. Scotch Plains. Okay. So, aber ich will mir eben was nachgucken. Ich meine nämlich, dass unser guter Hastin keine Bäume langlaufen konnte. Oder? Ne, seht ihr da? Der kann keine Bäume entlanglaufen. So. Und ich erwarte gerade, dass hier irgendwo rechts einen Weg lang führen wird. Perfekt, hier ist er. So, der müsste uns dann, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, direkt zu Braddox Camp führen. Zu Braddox Lager. Und da vorne haben wir es schon, denn das ist nichts anderes als ein Fort. Forts waren ja damals extrem beliebt. 17. Und mit so Palisaden befestigte kleine Lager. Aber okay. Wir gehen mal hier in die Richtung und haben hier unsere gute Sio. Und starten Sequenz 3. Der Teufel steckt im Detail. Nutze den Schneesturm, um dich zu tarnen. Hast du etwa Zweifel? Das nicht. Aber ich muss vorsichtig vorgehen. Hier schon, los. Ich halte von hier Ausschau. Ich verstecke mich in den Karren. Ja. Rote Bereiche sind... Sperrbezirke, wo wir extrem leicht gesehen werden. Das kennen wir schon. Neu in diesem Teil ist auch, dass wir uns in Karren verstecken können, wie ihr hier seht. Und dann werden wir mit den Karren durch die Gegend transportiert. So gelangen wir hier zum Beispiel ungestört in das gute Lager. Ziemlicher Vorteil. Also wir stellen uns hier in Wäsche versteckt zu haben. Aber okay. So weit, so gut. Wäre ziemlich blöd, wenn einer von denen hinten reingucken würde. Okay, Leute. John Fraser, gucken wir uns mal den Animus-Dateneintrag an. John Fraser, auch Fraser oder Frazier geschrieben, war ein schottischer Händler, der während des Siebenjährigen Krieges im Gebiet von Fort Duquenz lebte. Keine Ahnung, ob es so heißt. Er nahm an der Bredock-Expedition teil. Okay. So, hier können wir jetzt aussteigen und sind direkt hier im Gebüsch, in dem wir uns gut verstecken können. So, unser Ziel ist es jetzt natürlich, da hinten zu belauschen, um herauszufinden, wo sich hier der gute Bredock befindet. Ich möchte gerne vorher die Kanonen sabotieren. Das sind die beiden Ziele, die uns da markiert wurden. Ein weiteres optionales Ziel war es ja, keine Wache zu töten. Das war ziemlich schwierig. Das gibt's doch nicht. Ja, 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 Leute. Ja, 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 ja. Ich kann nicht stehen bleiben. Mann. Das war gerade das typische Bekloppt... Nee, nee. Okay, ich will jetzt mal kurz... Ich will jetzt nicht so blöd verbal reden. Übrigens das erste Mal desynchronisiert in Assassin's Creed 3. Ja, ich wollte nämlich gar nicht in den Bereich reinkommen. Ich wollte eigentlich da unten langlaufen, aber jetzt bin ich in den Verhörbezirk gekommen. Das ist immer extrem blöd. Okay, machen wir das jetzt mal direkt. Herr Dach, warum, George? Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen verzögere nur die unausweichlichen Konflikte. Wenn welchen mir derzeit die Oberhand hätte, das mag ja sogar stimmen. Oh, das gibt's doch nicht. Was kommt denn auf die Wache da genau in dem Moment, in dem wir da rüberlaufen? Oh, Mann. Okay, das wird eine schwierige Aufgabe. Ich merke es schon, Leute. Aber ich will die wirklich versuchen, möglichst perfekt abzuschließen. Ja, ich will die. Ich will die beiden. Vielen Dank. Ich will das auch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das gibt's doch nicht! Geht der... Haysim ist an die Leiter gegangen. Leute, ich hab keine Taste gedrückt. Der ist automatisch an die Leiter gegangen. Lauf auf Leitern zu und du kletterst sie hinauf. Das war gerade eben das große Problem. Vielleicht sollte es uns abgeteilt werden. Ja, dasselbe jetzt nochmal, Leute. Tut mir wirklich leid. Das war gerade eben das große Problem. 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 Diese Karte wird sicher nicht zu sein. Okay, Leute, wir vergessen momentan einfach mal die Sache mit dem, ähm, keine Wache töten. Und probieren es stattdessen mal so. Das ist die von mir schon so getaufte Buggy Leiche. Äh, Buggy Leiche. Buggy Wache. Dann guckt euch mal an, was sie tut. Seht ihr das? Ich glaube, das ist verbuggt, weil eigentlich sollte die, glaube ich, weggehen, damit man eine bessere Möglichkeit hat, das hier zu erledigen. Das tut sie aber nicht. вер 40 le zen. T. Da. Da. Da.